Guten Abend meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Videoprojekt auf meinem Kanal, zum Spiel Stranded Deep, einem lokalen Multiplayer-Survival-Game, so ähnlich wie Rift. Ja, ich weiß, was ihr euch denkt, wieso lokal und nicht online, das haben wir uns auch gefragt. Ja, bei diesem Spiel sind wir auf offnem Meer gestrandet, müssen uns allen möglichen Scheiß zusammensammeln, so wie bei jedem anderen Survival-Game aufnehmen und dürfen uns ein bisschen die Welt erkunden. Auf der linken Seite seht ihr meinen Kollegen, auf der rechten seht ihr meinen Bildschirm. Es ging leider nicht anders, das anders aufzunehmen. Das Video wurde auch nicht direkt bei mir aufgenommen, sondern bei meinem Kollegen, weil andersrum hatte es irgendwie nicht funktioniert. Fragt uns nicht, wieso. Ich wünsche euch jetzt einfach viel Spaß mit dem Video und wenn es euch gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Aber ich begrüße trotzdem nochmal hier die rechtliche Zuschauerschaft zu... wie hieß der nochmal? Schöne Typ. Ja, genau. Ein Spiel, das ich nicht kenne, aber mein Kollege dafür umso mehr und der will euch das Spiel, glaube ich, auch erklären, was das eigentlich ist. Umso mehr, wir spielen ein Survival-Spiel, wo wir... wir sind gestrandet. Ich frage mich nur wo. Ich glaube, im Multiplayer sieht man nicht, wo man gestrandet ist. Ich habe eine Fläger. Ich habe ein... Was ist nochmal ein Gyrocopter? Ich versuche gerade nochmal eine Steuerung rauszufinden, weil ich spiele über Kontrolle und... Wo kommt der Zeit? Ich will noch ein paar Kisten. Oh nein, da schlägt mich bitte nicht. Ja, auch eine Pistole. Ihr seht übrigens rechts mich und links ihn. Das ist echt... Einer muss eine Frau und einen gerne nehmen. Wir haben uns entschieden, dass ich die Frau nehme, weil ich eh schon die lange habe. Ich komme jetzt erstmal hier hin. So, warte mal, jetzt muss ich irgendwie so... Das Spiel geht komischerweise nur lokal zusammen. Keine Ahnung, wieso. Wir machen das gerade via Parsec. Oh, ich hasse es so sehr. Man kann das Boot nicht richtig drehen. Er weiß, wie das Spiel funktioniert. Das ist gut. Äh. Oh, da ist ein Hai. Das, das... Ach, sowas kennen wir doch schon. Ich liebe dieses Boot so sehr. Ich muss halt die ganze Zeit jetzt warten, bis das Boot sich mal alleine... Ich würde da nicht alleine jetzt aufbleiben, bevor ich dir hier wegschwimme. Werden ich irgendwann mal gedreht habe. Du bist doch gerade noch beschäftigt, oder nicht? Jetzt nicht mehr. Komm, wir gehen jetzt... Oh Gott, der Hai, ne? Ich weiß nur, dass wir auf dem offenen Meer gestrandet sind und gleich von dem... Wir will hier gefressen werden. Wir sind in einem Flugzeug abgestürzt und jetzt sind wir hier. Guck mal, bitte. Oh, guck mal. Ich hab mich einfach hingepflanzt. Ich würde gerne das Ding hier looten. Wieso hast du eigentlich ein Inventar und ich nicht? Drück mal... Ja, ich würde grad... Ich würde grad sagen, drück mal Tab. Ähm... Äh, ja, ich habe kein Tab. Ja, ähm... Eigentlich solltest du auch irgendwas sagen. Ja gut, ich glaube, wir lassen das einfach mit dem... Äh, das Looten kommen. Setz dich bitte wieder hin. Ich habe meine Tab-Taste gefunden. Setz dich bitte wieder hin. Bitte fall nicht ins Wasser. Falls das die... Falls das die Tab-Taste ist. Ja, vermutlich. Also das war dein Inventar halt gerade, was du da gesehen hast. Land! Können wir darüber reden, dass es genau dieselbe Insel ist wie bei mir im Multiplayer? Äh, wie bei mir, wenn ich alleine spiele? Weiß ich doch nicht. Habe ich ne Sprint-Taste? Eigentlich schon, ja. Wahrscheinlich ein Stick rein. Ich habe eine... Ich gucke auf meine Uhr-Taste. Okay, aber das ist nicht meine Welt, ne? Ich habe sie gefunden. Ja, er hat das Spiel schon ein bisschen angespielt. Das Schöne ist, er hat die ganze Zeit tot, ich nicht. Ich habe einen Stein, kann ich hier den auf den Kopf schlagen? Äh, danke, nein. Wovor steckt er sich denn überhaupt? Ich stehe hier. Guck mal, ich habe einen Stein. Guck dir diesen wunderschönen Stein an. Ja, ich habe hier auch so ein paar Sachen. Das ist mein neues Haustier. Ja, warte mal bitte kurz. Also hier würde ich erst mal die ganzen Crap hinlegen, die wir einfach gar nicht brauchen. Ich habe Duct Tape. Ich habe... Brauchst du mal irgendein elektronisches Teil und Duct Tape und Cloth und... Also hier legen wir erstmal alles hin. Kann ich die Dinger auch irgendwie werfen? Nein. Ich kann sie fallen lassen. Ja. So, da legen wir, glaube ich, erstmal alles hin, was wir nicht brauchen. Okay, hier bitte. Ach, übrigens, werden wir ja nicht. Oh, warum habe ich schon eine Stone-Tool in meinem Moment, ja? Weiß ich nicht. Ich weiß nichts von dem Ding. Du bist hier der Headsparte. Also dieses Fenster, das du gerade bei mir siehst, ist halt das Crafting-Fenster. Ja, das habe ich auch schon gefunden. Oh Gott, jetzt bin ich mit meinem Mauszeiger auf deinem Bildschirm drauf gewesen. Das war gut. Och, mich stört das nicht. So, jetzt haben wir ein Stone-Tool. Und jetzt kannst du hier so ganz viele Sachen erstmal klein machen. So Yucca... Okay. Dafür muss ich wahrscheinlich erst den Stein aufheben, damit ich daraus das Stone-Tool machen, ne? Richtig. Jetzt habe ich das irgendwo, oder? Ja, da. Stone-Tool. Das ist jetzt hier so Yucca-Palmen und so kaputt machen. Okay. Mach ich. Ich kann die... Ich kann da nur Sachen sammeln, ich kann die nicht kaputt machen. Ja, die habe ich schon kaputt gemacht. Hier sind wir, also, ich mache den Baum kaputt. Wir sind auch so Pfeilen so. Weil, mach dir mal, mach dir mal so, mach dir mal, mach dir mal dein Crafting-Ding hier auf. Ich glaube, ich mache gerade den Crafting-Ding hier auf. Ja, aber mach dir mal dein Crafting-Teil-Menü auf. Ey, ich habe, guck mal, was an deinem Hempfer ändert. Ja, ist ja okay, aber du siehst das hier, ne? Ja. Hier siehst du halt die ganzen Sachen, die wir machen können. Als nächstes jetzt mal ein Beispiel. Oh, guck mal, er versucht mich zu craften. Guck mal, jetzt brauche ich hier so ein paar... Jetzt habe ich so Lashings und jetzt können wir hier so ein Messer machen. Jetzt habe ich ein Messer. Ich mache dich Messer. Schlechtig, komm her. Toll, jetzt hast du mein Hempf auch kaputt gemacht. Bei Wärsling. So, ich kümmere mich schon mal... Ich kümmere mich schon mal messen, oder? Und das nach 20 Jahren Ehe. Scheiße, ey. Ich dachte, ich wäre sie endlich los, die Alte. Ey, ich versuche hier gerade Kokosnüsse zu ernten. Ach, übrigens, mit dieser komischen Taste, ich glaube, bei mir ist es halt... Wenn du auf die Uhr guckst, ja, bei mir ist es Y. Du weißt, Y, ich habe hier einen Controller. Komischerweise hier funktioniert aber bei jedem anderen Spiel nicht. The fuck. Auf jeden Fall brauchen diese ganzen Leafs und so. Erst mal... Das Ding ist so... Irgendwann habe ich die Steuerung drauf, dann habe ich keine Probleme mehr. Wenn ich nur Kokosnüsse benutze, wie benutze ich die? Noch gar nicht. Leg die mir... Komm mal hier vorne zum Strand. Ich würde sagen... Ich will die aber essen. Ja, ich mache die dir gleich zu essen, okay? Ich habe Hunger. Ja, ich... Du kannst die Beate doch nicht verhungern lassen. Meine Maus ist weg, hallo. Die ist in der Mitte. Tolle erste Folge, Leute. Entschuldigung, sie war weg. Ich kümmere mich... Das Ding ist, ich kümmere mich jetzt erst mal um Essen, so. Wovor steckst du dich überhaupt? Hier rechts von dir. Ich habe die Möwen gefunden. Ich würde sagen, hier werfen sie den ganzen Köpfen, die wir nicht brauchen. Hast du... Ne, brauchst du nicht. Ich habe Kokosnüsse. Warum kann ich nicht? Hier willst du eine Kokosnuss? Ne, ich will was anderes gerade machen. Die überhaupt nicht, wie eine Kokosnuss aussieht. Ja, werf die mal irgendwie hin. Ich weiß nicht, wie welche Taste. Jetzt sehen die ein bisschen mehr aus, wie Kokosnüsse. Guck, dir eine kannst du jetzt trinken. Wenn du... Ja, wir müssen halt noch nicht trinken. So, und wie... Ah, ich habe es rausgefunden. Genau, und... Oder weniger. Mach dir erstmal so... Mach dir erstmal auch so ein Messer. Du siehst ja auf diesem Crafting-Ding hier, ne? Siehst du ja... Alles, was du hier für das ganze Zeug brauchst. Ich habe... Ich habe das hier. Was hast du denn dafür gebraucht? Das siehst du, wenn du... Mach mal dein Crafting-Ding da wieder auf. Ja, ich muss ja da immer suchen. Viel Glück. Habs gefunden. Guck mal, und jetzt kannst du die auch essen. Jetzt kannst du die hier auch essen. Und wir sollten... Oh, ist das Crafting-Ding! Wir sollten, glaube ich, mal in Schatten uns kriegen. Und dann kriegen wir einen Sonnenbrand. Man kann Sonnenbrand kriegen? Ja, das ist SPF. Glaube ich. Glaube ich. Ja. Guck mal, jetzt laden wir uns hier wieder. Das ist richtig toll auf. Also, du hast es vorhin irgendwie aufgerufen. Ich meine, ich weiß ja nicht wie. Ja, ich suche... Ja, ich suche ja die Taste wieder. Wenn ich sie gefunden habe, sage ich Bescheid. Okay, ich muss irgendwie Level 1 werden. Erstmal brauche ich mir ein Lashing wieder. Alter. Das ist schon ein bisschen nervig, wie manchmal meine Maus einfach verschwindet. Ja, ich häng dir eine Pflanze. Ich habe mir erstmal ein Tool-Bild gemacht, aber ich weiß nicht, wie ich mein Hotkey... Ich habe Pause gefunden. Das ist wundervoll. Ich weiß nicht, wie ich Hotkeys einfüge. Ist das blöde jetzt. Okay, ich habe die Taste zum Teabacken gefunden. Wenn er halt tot ist, teaback ich ihn. Ach Gott. Wo bin ich hier schon wieder gelandet? Das sieht wunderbar aus auf der rechten Seite. Ja, ich arbeite hier einfach schon mal ein bisschen, ne? Ich habe sie. Okay, ich brauche diese komischen Lashes. Für muss ich, äh, was nochmal sammeln? Das waren diese, äh... Ja, vor allem selbligstens so. Ich habe nur Grave. Warum, guck mal auf dem linken Bildschirm. Warum sieht das aus wie eine traurige Kokosnuss? Was ich doch nicht. Äh. Ein Steinchen. Ein Stock, äh, ich habe einen Stock, damit kann ich die einen rüberziehen. Ich weiß aber nicht, wie ich Hotkeys belege, ist das blöde. Wo sind denn diese komischen Blätter? Da muss er auf der Insel irgendwo gucken. Muss ich die abbauen? Ja. Ach, dafür muss ich diese Jucca-Dinge prügeln, oder wie? Ja. Ach, jetzt habe ich den nicht verstanden. Denkst du, die kommen einfach so von alleine? Ja. Ja. Ja, natürlich, denke ich das. Ich erwarte, dass Blätter auf dem Boden liegen. So, äh, so, wo liegen die? Ich hau die ganze Zeit hier auf den Jucca-Tree. Ja, du musst das den KS kaputt machen. Laut ein bisschen. Ja, jetzt müssen die überall da rum liegen. Äh, ich würde mir als nächstes, glaube ich, eine Axt machen. Klikos in die Wiss. Oder? Ja, ich glaube, ich mache mir als nächstes erstmal eine Axt. Jetzt gib mir doch was. Der sagt mir die ganze Zeit, hier würde irgendwas liegen. Man hört wahrscheinlich auch, wie die ganze Zeit auf dem Controller-Kloppe. Ja, tatsächlich. Ich klopp hier mal auf den Palme ein. Das klappt mit dem, äh, Messer-Ding da nicht, wirst du das. Deswegen will ich mir eine Axt machen. Wo ist denn der Chase-Teigel abgeblieben? Ich habe es kaputt geschlagen und es ist verpufft. Deswegen haben wir manchmal halt das Pech, dass wir gezwungen sind, möglicherweise auf andere, äh, ja nicht Inseln. Ja doch, Inseln zu gehen. Ich habe eine Pflanze. Das, what the fuck. Das ist, äh, toll. Schön für dich. Da steht was, ich kann das Ding besteigen. Oh, ich besteige es. Viel Spaß. Ich hoffe, ich habe hier gleich kein Hai im Gesicht. Wenn doch. Ein kleines Problem. Warum ist das hier leer? Weiß ich nicht. Kannst du mir die Laschys nicht einfach geben? Und mir so, äh, eine Pein ersparen? Ja, ich brauche ja selber welche. Ich lege das Ding mal einfach da, wo wir eh alles hingeschmissen haben. Ich habe übrigens mein kleines Ding verloren. Das müsste irgendwo dein Inventar eigentlich sein. Nein, es ist weg. Ich habe einen Air Tank. Ähm, dann hast du es irgendwo abgeschmissen. Ja, und ich habe keinen Bock, es zu suchen. Ja, aus vier von diesen Dingern hier, die du, glaube ich, gerade hältst, wenn die das sind. Alter, meine Maus. Das sind die Fikusse. Alter, meine Maus. Hallo, meine Maus. Weißt du noch zwei von diesen Blättern? Aus vier von diesen Blättern. Kannst du irgendwas... Ja, zwei habe ich schon, guck. Ja, ich habe, äh, hier, guck mal hier, ist es nur wichtig, hier überall, hier, Palm, Sapling, Palm, Sapling. Hier liegt sogar der ganze Zeug noch rum. Ach, die Dinge, von denen kann ich jetzt auch kriegen, oder wie? Ja. Ja, sag mir doch. Ich habe keinen Platz mehr im Moment da. Hier, kannst du eins haben, bitteschön. Habe ich schon. Ähm. Da spielt einer deiner Freunde Flashwolf. Äh, da spielt einer deiner Freunde Arc. Einfach gerade nur Platz im... Ich fress mir jetzt einfach hier alles rein. Es ist im Übrigen sein Bildschirm, nicht meiner. Scheiße, ich habe mir, glaube ich, gerade den Magen verdorben. Wieso machst du sowas? So, jetzt habe ich ein Messer. Damit kann ich jetzt den Hai abstechen. Habe ich das richtig verstanden. Äh, da habe ich noch nie ausprobiert. Oder ich kann, äh, 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 dich abstechen. Äh, das... Das 20 Jahre Ehe. Kann ich endlich beenden. Das wäre, glaube ich, nicht so schlau. Weil, ich habe eine Axt. Deswegen setze ich mich noch mal langsam daran, dass wir hier, äh, schlafen können und so, ja. Wenn du ein paar Mal auf die Drinkable... Ja, genau, und genau, wenn du dir die jetzt trinkst, ist sie jetzt einmal leer. Guck, dieses wäre. Ja, und jetzt kannst du, werfe die nochmal ab. Dann kannst du die halt halbieren, so, und dann, äh, ja. Und was soll ich mit der Hälfte? Soll ich die mir auf den Kopf setzen? Essen. Du kannst das auch nicht mit deinen Sachen machen. Versuchst du dir erstmal die ganzen Tools hier herzustellen und so. Okay, ich esse sie. Hm? Du sollst dir die ganzen Tools herstellen. Und ich glaube, ich bin gerade am verd... Ach du Scheiße, hast du kurz was zu trinken oder so? Ich hab mal Kokosnuss. Ich hab mal Kokosnuss. Ich hab mal Kokosnuss. Das Spiel ist übrigens echt hell. Guck mal hier, ich lieg's an den Strand. Hier liegt sogar noch ne Kokosnuss. Ich weiß aber nicht, ob die schon getrunken... Also... Egal, da ist gut. Drinkable Kokosnuss. Ich denke mal nicht. Ja, ich hab grad schon. Ich hab grad schon. Wie sieht das eigentlich bei mir aus? Ach, guck mal, mir geht's gut. Es war ne schöne Zeit, aber ich geh schwimmen. Kann ich irgendwas besonders im Meer finden? Naja, ich hab hier so einen Heilmotor und so gefunden, ne? Aber es gibt auch ein Hai. Und TSO? Weiß ich doch nicht. Vergiss nicht, ich hab auf meinem Bildschirm keinen Sound. Na, ich hör den auch nicht. Ich hör nur den rumstöhnen. Ey, komm rein, das Wasser ist frisch. Ne, lass mal. Ich versuch uns gerade in den Shelter zu machen. Warum ist es hier so scheiße und bereits dunkel? Hä, bei mir ist es voll hell. Also, was heißt voll hell? Bei mir ist es halt einfach nur hell. Ah, stimmt. Ich hab gelernt, ich kann keine Korallen ernten. Ich hab gerade keine Ahnung, warte mal ganz kurz. Guck mal, wenn du es jetzt hier mache, guck dir es mal an. Ah ja, ich kann das. Ich kann das. Soll ich dir helfen? Ne, ich hab schon. Wo ist es? Ich will auch da hin. Da, wo du gerade eben noch im Wasser warst. Äh, ja, du bist gut. Da bin ich schon längst weg. Hä? Was hast du? Ich will doch einfach nur... Ich hab ein Figurs kaputt gemacht, gerade. Ich bin ein Stöckchen. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Ich hab das Feuer außer den Aussehen. Mann, was hab ich denn für einen Mann? Genau. Ich seh' ich. Und ich seh' dich. Er hat's mal anbekommen. Ich dachte schon, ich scheide mussten. Guck mal, 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 guck mal auf die hier das Fleischstück da irgendwie da ranmachen kannst. Nicht das, was da drauf ist. Und bitte mach es jetzt nicht auch noch aus. Oder kann man nicht drücken. Ich bringe dich eigenhändig um. Was macht was denn? Ich glaube, du hast gerade das Fleisch da runtergenommen. Könnte das sein. Ich habe es mal aufgefüllt. Nein, du hast es im Inventar schon. Da, unten links im Inventar, siehst du? Guck, hier ist ein Fehlermäuse. Kannst du das nur mit Tieren machen? Ja, warum solltest du nur Kokosnuss braten? Denk mal drüber nach. Ginge doch vom Prinzip her. Ja, aber was bringt es dir? Ich habe eine geile Kokosnuss angekostet. Ich bezweifle, dass es gut schmecken würde, ne? Man kann es doch mal ausprobieren. Das ist eine noch. Also, das ist ein toller erster Start, ne? Hast du noch diese Lashes oder so? Oh, ne, Moment. Ich brauche noch zwei. Darf ich das Feuer absichtlich ausmachen, um mal zu prüfen, wie ich das Feuer anbekomme? Ja. Dreh dich mal zur Seite. Da, da links dieses Holzstück. Das brauchst du ein bisschen weiter rechts. Ja, da. Das brauchst du, um das halt anzumachen, so wie ich. Da musst du irgendwas machen. Ah, da unten. Ja, okay. Das sind die Controller jetzt einfach. Das wird die Controller voll gespielt. Okay. Wir haben ja meinen Vorteil nicht mal gefunden. Das ist voll unangenehm, das kannst du mit links rechts am Austaste zu machen. Ja, aber mit dem Controller dann schreibe ich halt einfach die hinteren Tasten. Ich sag mal so, ich brauche jetzt hier so halt noch zwei so. Guck mal, du hast doch ne, du hast einen Scheiße. Okay, ne, geht's gut. Brauchst du essen? Äh, warte. Ne, mir geht's super. Bin ich doch nur Kokosnuss. Wir sollten das Feuer auch irgendwann wieder ausmachen, wenn wir es nicht mehr brauchen, weil ich glaube, das geht jetzt kaputt oder so. Kann das sein? Bestimmt. So, wie lange dauert, äh, ist das hier echt Zeit oder geht das ein bisschen schneller? Geht logischerweise schneller. Ja. So, an dieser Stelle ist das Video jetzt zu Ende. Ich hoffe, es hat euch, äh, Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn ja, dann zeige ich das anhand eines Abos und eines Likes und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, Leute.